Also herzlich willkommen und moin von Simply Jazz. Heute ist wieder Simply Jazz meets Fat Jazz. Das letzte Mal vor der Sommerpause. Wir gehen jetzt sechs Wochen in Urlaub und sind am 12. August wieder da. Und wie immer könnt ihr gerne spenden für das Joko, was hier uns diesen mega geilen Raum zur Verfügung stellt. Den Link findet ihr überall bei Instagram und Facebook. Genau, einfach Paypal spenden für das Joko. Wir haben heute im Abschluss eine schöne Band. Wir haben einen jungen Musiker, einen aufblühenden jungen Musiker, der jetzt gerade studiert bei uns. Martin Löcken hat eine Band zusammengestellt, die er gleich selber vorstellen wird und ein tolles, buntes Programm zusammengestellt. Viel Spaß mit Martin Löcken. Martin Löcken Musik 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 Untertitelung. BR 2018 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 Wir spielen heute zwei Sets für Sie, wir spielen heute zwei Sets für Sie, bestehend aus größtenteils bekannten oder weniger bekannten Jazz Standards und ein paar eigene Sachen sind auch mit dabei. Angefangen haben wir mit einem Blues, Take the Cold Train und machen weiter mit Out of Nowhere. Untertitelung. BR 2018 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 Musik 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.